Willkommen beim Game Based Podcast. Mein Name ist Nino Martignanin und ich werde mit Gästen alles rund um das Thema Gaming und Medienpädagogik besprechen. Denn Games oder Videospiele sind so viel mehr als reine Unterhaltung. Sie nehmen nicht nur in der Jugendkultur einen besonderen Platz ein. Laut dem Jahresreport der deutschen Gamesbranche steigt der Altersdurchschnitt der Spieler jährlich an und 58 Prozent der Deutschen konsumieren digitale Spiele. Dies macht das Thema aus sozialer und pädagogischer Sicht immer relevanter. Ich persönlich arbeite seit fast zwei Jahren für das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg und habe mich in dieser Zeit nicht nur an der Computerspielschule Stuttgart beteiligt, sondern gebe auch regelmäßig Fortbildungen für Lehrkräfte im Bereich Gaming als mediale Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern. Mithilfe dieses Netzwerks wollen wir Fragen beleuchten, wie ob Games helfen können, Bildung zu vermitteln, wie es um Geschlechterdarstellung und Inklusion in Games steht und ob die Gefahr der Computerspielsucht während Corona tatsächlich gestiegen ist. Dies und mehr werden wir in den kommenden Folgen auffassen. Dieser Podcast wird produziert von der Computerspielschule Stuttgart und finanziert von der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg. Kurz vor Weihnachten kommt dann schon die erste Folge. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit und bis bald!